So Leute, da sind wir auch schon wieder mit Let's Play Advance Wars und immer noch im Gefecht um die geeinten Einheiten und die Festung und so weiter. Und ich würde sagen, wir beenden den Zug. Tag 3. Olaf ist dran. Ha, ausgelacht. Ich hab Olaf ausgelacht. Ähm, ich muss mich immer jedes Mal aufs Neue, obwohl ich hier gerade alles in einer Session gemacht habe, was ich bisher aufgenommen habe, muss ich mich jedes Mal dran gewöhnen. Ähm, ha, 55. Ich würde sagen, Tchelkowski, dass ich nicht als Analog nutzen kann, sondern das Digital-Pad. Ähm, weißt du was? Auch wenn's eigentlich eine Verschwendung ist. Einfach weil ich weiß, dass ich da Deckung 0 habe, greife ich jetzt mit der stärkeren Einheit von dort aus an und... ...hab dort alles bis auf 1 reduziert. Super! So. So. Taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam-taddam. Natürlich. Schicken wir den da runter. Schicken wir da hoch. Ne, da hoch. Genau. Und da. Neee. 27. Ne, wir mähen den dort erstmal weg. Ich meine, natürlich sind das Verluste und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Runde wird er uns angreifen, weil dann hat er wieder 8 Einheiten da oder so. Aber ich meine, er hat noch 3 Einheiten, ne? Was will er tun? Ach, er eint die Einheiten sogar. Naja, wenn er meint, dass es gut ist, wenn er sie eint. 21% könnte knapp werden. Ach, dachte ich mir. Die Musik, die ist richtig gut, richtig, 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 richtig gut. Richtig, 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 ich kann nicht singen. Boah, ich hasse es. Irgendwie schaffe ich es nie mit so einer Musik mitzusehen. Die einzige Musik, die ich kann, ist wirklich dies, die Golden Sun-Musik. Die Streitkräfte von Blue Moon wurden zurückgedrängt. Es war von höchster Wichtigkeit für uns, dieses Gebiet einzunehmen. Du hast sehr gute Arbeit geleistet. Mach weiter so. Ne, also sie hat doch ihre Hand im Spiel. Das erklärt, weshalb dieser Trupp solch unerwarteten Ärger machte. Das ist unverzeihlich. Nächstes Mal zeige ich ihnen meine wahre Macht. Denkt an meine Worte. Denkt daran. Tempo-Kraft-Technik. Ja, Tempo-Ed. Na gut, das passt schon. Alles über TTPs. Ja, muss ich machen. Ja, vorgesetzt nur nicht. Hin oder her. Nell, du nervst. Ich weiß nicht, ich mochte Nell nie so wirklich. Tja, es ist zwar erfreulich, dass wir eine Artillerieeinheit haben, aber sie hat keine Munition mehr. Auch das Benzin ist fast leer. Ohne Munition ist sie wehrlos und ohne Benzin ist sie unfähig zu fahren. In diesem Zustand ist sie nützlich, aber keine Angst, das werden wir schon schaffen. Diese Einheit muss durch eine Transporteinheit mit frischer Ration versorgt werden, um Munition und Benzin komplett aufzufüllen. Info zu einer bestimmten Einheit erhältst du durch drückende R-Taste. Okay, wähle bitte diese Einheit und ziehe sie hierher. Der Befehl zum Rationenverteilen ist jetzt im Menü erschienen, richtig? Bitte wähle diesen Befehl an. Klasse, jetzt hat die Einheit Benzin und Munition erhalten. So versorgen Transporteinheiten alliierte Einheiten in der Umgebung. In diesem Fall versorgen wir nur eine Einheit, doch Transporteinheiten können mehrere Einheiten in unmittelbarer Umgebung gleichzeitig versorgen. Ach ja, Rationen erhalten Einheiten auch in alliierten Basen. Und Basen, wie bereits erwähnt, füllen zusätzlich zur Ration die TP auf. Setze Transporteinheiten ein, wenn keine Basen nutzbar sind. Da die Artillerieeinheit einsatzbereit ist, wähle sie und erfinde das Feuer. Wählst du sie bitte an? Danke, drücke jetzt den A-Klauch, um das Befehlsmenü zu öffnen. Wähle bitte Feuer an. Tja. Erstaunlich, dabei waren wir doch nicht mal bei der Einheit. Ja. Dazu dienen Artillerieeinheiten zum Fernangriff. Der Begriff Fernangriff bezeichnet einen Angriff aus der Ferne. Klingt komisch, ist aber so. Diese Technik erlaubt einen Angriff ohne gegenwehrfürchten zu müssen. Da dies nun geklärt ist, bringe jetzt den Rest deiner Truppen in Stellung. Hm, ist nur eine Frage der Zeit, bis die Infanterie des Gegners dieser alliierten Basen angreift. Mal sehen, was wir tun können, um sie zu schützen. Ein einzelner Jagdpanzer müsste gerade so ausreichen. Setze diese Einheit bitte hier hin. Ach, der reicht mehr als aus. Bei näher betrachtet es ein Jagdpanzer allein wohl überfordert, dies Basiszweig. Auch in der Nähe hat Jagdpanzer. Äh, es flog eine Mecheinheit an. Will jetzt diese, diese Mecheinheit an diese Stelle. Bla, die restlichen kann ich, wie ich will. Genau. Also, ich weiß natürlich schon, worauf das hinausläuft. Vielleicht wisst ihr es auch schon. So, zack. Diese blöde Nell. Du kannst wohl nicht anders, als mir immer meinen Weg zu kreuzen. Meine Truppen werden dich zerquetschen wie eine Fliege. Ach, Olafchen. Hab dich mal nicht so. Ölaf. Du bist am Zug. Äh, das will ich mir erst mal gucken. Ach so. Ja. Ja. Ja, setze ich diese Einheit hier her. Frachtbefehl ist jetzt. Ja, bitte wähle diesen Befehl. Transporteinheit hat jetzt die Mecheinheit als Fracht aufgenommen. Was? Ähm. Ich kann jetzt machen, was ich will. Genau. Angriff. Peng. Die ziehen wir jetzt erstmal da hin. Diese Einheit ziehen wir mal da hin. Welche Einheit da hin? Sack, Pause. Das war jetzt nicht gerade clever von dir, Olaf. Oder? Olaf. Und ihr Name ist genau Günther. Ja, okay. Wir schießen jetzt einfach die da weg. Wie gesagt, mit dem können wir Truppen schneller transportieren. Und die bekommen alle Rationen. Wir greifen ihn jetzt trotzdem an. Einfach, weil ich es kann. Und ich es gerne sehe, wie der da jetzt nicht gleich das Haus bekommt. So, mit dem können wir den dann fertig machen. Ey, ich werde ihn einfach fertig machen. 55, ne? Also, gerade so. Ich will nämlich in der nächsten Runde dort wenigstens ein bisschen was aufgefrischt bekommen. Noch kann ich das nicht darüber stellen. Na gut, aber wenn er da steht, dann kann ich ihn angreifen. Und dann könnte es passieren... Das ist ja ziemlich blöd, dass er Wäsche guckt. Genau, das dachte ich mir fast. 52. Ach, machen wir erstmal die große Einheit platt. Hier die Mechereinheit da ist, ist ja alles vorbei. Schieß! Ach, der hat da unten noch... Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Das dachte ich mir fast. Ist mir jetzt aber egal. Ich werde seine Einheit da angreifen. Um da zu besetzen. So. Und jetzt kann er gar nichts mehr machen. Also nicht wirklich. Er kann mich jetzt natürlich da unten angreifen. Und jetzt auch machen. Genau. Das dachte ich mir. Und das, obwohl ich mehr Deckung hatte. Also das war... Ja. Äh... TDPs halten sehr viel aus, als ob eine hohe Verteidigung oder sowas in der Art. Und jetzt geht's los. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Hm. Boah, irgendwie bin ich grad voll im Hype dieses Spiels, dann frag mich, warum ich das so lange nicht gespielt habe. 29 Prozent, naja, wenn wir Glück haben... Das ohne Wasser was machen kann nächste Runde Guten Tag Und das ist halt das, ähm, Fernkampfeinheiten sind natürlich dann im Nahkampf wehrlos Um nicht zu sagen, sie sind wehrlos, sie haben keine Chance Oh, da ist jetzt doch einer, der eine angreifen kann, naja Kann man nix machen Ja, ich will jetzt nix sagen, aber wir ziehen's mal nicht künstlich in die Länge Weg damit Hast nun ein Gefühl für den Einsatz von Artillerieinheiten? Du machst dich gut, nun geh und mach weiter so Grrrr, nächstes Mal, ja, nächstes Mal Sieg So Da sich hier aber jetzt grad ein, äh, Schnitt besser macht, als sonst irgendwo, würde ich sagen, bestehende Daten speichern Ja Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Advanced Wars Und, äh, ja, das war's dann jetzt erst mal Bis dahin und tschüss